Ich möchte heute den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen, also die grüne und die grünsche Gerade. Die Frage ist, wo schneiden die sich? Irgendwo da oben? Das gemeine ist, also schneiden sie sich weit weg. Ich könnte es jetzt hier so versuchen zu verlängern, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich versuche es rechenrisch zu machen. Erstmal muss ich herausfinden bei der grünen Gerade. Aber man muss auch grün ein bisschen... Ja, man muss auch rot, weil das ist... Ne, schwarz. So, also die grüne Gerade kriegt hier schwarz. Y ist mx plus t. Gut, ich brauche ein m. Also ich habe erstmal mein t. t ist minus 2. y gleich, ja, hier minus 2. Und das Steigungsdreieck, da kann ich... Ich suche mir irgendwelche Punkte, die passen. Und dann habe ich... 1, 2, 3, 4, 5 Eintel. Also 5 Eintel mal x minus 2. Weil es steigend ist, wirklich ein Plus. Und damit schreibe ich es ein bisschen schöner. y ist 5x minus 2. Jawohl, ich habe es. Und die, das ist das Interessante an der Aufgabe, ich habe hier kein t. Das t ist weit weg. Ich könnte es wieder irgendwie verlängern, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht da ist. Was ich habe, ist mein m. Ich suche mir wie Punkte. Also der wird hier passen, der wird hier passen. Und dann habe ich hier so 3 Kästchen, 1 Kästchen. Das heißt also, y ist 3x plus t und das t fehlt. Was ich aber habe, sind Punkte. Ich habe hier den Punkt, das ist minus 4. Minus 4 und 4. Und immer darunter malen xy. Und jetzt kann ich nämlich den Punkt, also diesen Punkt einsetzen. Also das Konzept Punkt einsetzen ist sehr wichtig, kommt häufig vor. Und deswegen mache ich das hier. Und wenn ich den Punkt einsetze, bekomme ich mein t. Also y ist ja 4. Also 4. Und bleib mal in Rot. Damit wir wissen, wir sind bei der Roten gerade. Also 4 ist gleich 3 mal 4 plus t. Und diese, nee, Minus, 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 zurück. Hier. x ist ja Minus 4. So. 3 mal Minus 4. Also das ist mein x und das setze ich hier ein. Und das ist mein y, setze ich hier ein. Jetzt rechnen. 4 gleich Minus 12 plus t. Plus 12, 16 gleich t. Schön. Und jetzt habe ich es. y gleich 3x plus 16. So. Ich kenne jetzt diese beiden Geradengleichungen. Und beim Schneiden geht es immer ums Gleichsetzen. Also 5x minus 2 gleich 3x plus 16. Also Minus 3x und plus 2. Dann habe ich hier 2x gleich 18. Und damit kriege ich x gleich 9. Also ich müsste eigentlich, wenn ich hier nach oben gehe, müssten die sich irgendwo schneiden. Das habe ich rausgefunden. Und den y-Wert bekomme ich, indem ich diesen 9er hier einsetze. 3 mal 9 plus 16. 3 mal 9. 4 mal 10. 4 mal 10. 4 mal 10.